Fräulein Gohl, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Gohl! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen! Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung! Sie kommen jetzt mit! Warten Sie doch! Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön! Worum geht's denn? Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Absolut nicht. So. Ja, Fragezeichen gehen wir erst mal da hin. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem! Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Zertrümmert Ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein! Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zersticht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donner! Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck. Geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Das ist so ein schicker Hebel. Oh, wir haben nichts mehr. Sehr gut! Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel! Und jetzt nichts wie in Deckung. Ach, da sind sie ja! Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Äh, okay. Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil. Ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts! Mit dem größten Vergnügen. Das klappt ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Hä? Hä? Oh! Wow! Eine Pritsche! Wirklich originell! Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Gohl? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Gohl! Wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator! Endlich! Lassen Sie uns alleine brücken, Wart! Jawohl, Herr Antmann! Lassen Sie mich gehen, Argus! Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder... Nein, Cletus? Wer... Weder noch! Gestatten, Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen, ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich... ich kann nicht. Warum nicht? Weil... weil... Warum? Ich muss irgendwas tun, wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Hm, großer Knopf. Sieht schon mal gut aus. Hey! Stopp! Was tun Sie da? Das bin nicht ich! Das ist die Maschine! Sie spinnt! Nein, 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 nein! Aus, aus, aus! Aufhören, habe ich gesagt! Halt! Nein! Hä? Was ist denn... das denn... Wie wird mir denn... Fräulein Gohl, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amythal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie, bleiben Sie bei mir! Nein! Was? Warum nicht? Weil... Gohl! Weil ich Rufus liebe... Nein! Stopp! Gohl! Dann schaff mir unverzüglich diesen nicht-würzigen Tischmüll einmal aus den Augen! Gohl! Gehen von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Gohl! Was hab ich getan? Hinsichtlich Goals Tods und dem Verlust der Coats seien hier die Bonn-Muts aus Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß wie der Koloss von Schrottos, logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus es wohnenlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel fiel beim Auge vorbei, ihn lief ein grauer Trauermarsch und dann wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch! Russa und alles im Arsch! 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 ARD Text im Auftrag von Funk Tja Dann wollen wir doch mal auf ein neues Schon wieder? Mehr können wir doch gar nicht machen, nur so mit dem Knopf drücken, ne? Tja Hm? Hm? Tja, so sehe ich das auch Wo ist denn eigentlich der Typ vom Tutorial? Tja Tja Tja, so sehe ich das ja Huh? Huh? Ich sehe deinen Strom umkehre Hm, vielleicht können wir das Teil auch da hinten hinwerfen Huh? Äh, Sicherung? Warte mal Feuer ist rot Baseballschläger ist Braun Kreissäger wäre grau im Prinzip, ja Schneeflocke ist das Hm Also danach kannst du auch nicht gehen Okay Oder haben die Sicherung überhaupt noch was zu sagen? Wozu haben wir jetzt einen Stromumkehrer? Ah Ja Warte mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielleicht ja so Ja, 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 ja. Das ist ja wirklich ein Albtraum für Hufus. Ok, was darf ich erwarten? Erfolg, oder? Oh! 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 Vielen Dank.